Bist du Miller? Der mit dem kleinen Piller! Da kommt einer noch hinter der Mauer, pass auf! Warte, darf ich jetzt Call drücken? Ja! Ohne mal Vorstellung, du bist tot! Ohne mal Vorstellung, du bist tot! Ja das geht! Ich will mir jetzt Waffen kaufen! Oh, ich fotz Köppe nicht mehr, geil! Spaß beiseite! Oh, hier ist ein Hemet! Den hole ich mir, das ist meiner! Jo, Alter! Moin, Fan, da bin ich wieder! Geben Sie mir nochmal 800 km! Ja, komm Leute! Das ist der Bulle schon wieder da! An die Töter! Alkohol ist der Sanitäter in der Not! Alkohol! Kannst du mir jetzt mal das Geld geben? Ja! Du machst die bei uns nicht mehr mit, Digga! Wenn du jetzt nicht einmal die Schnauze halten kannst! Du machst mich richtig wurscht! Ich weiss das manchmal! Alter, da kommen sie alle! Guck mal! Guck mal, siehst du die da? Alter, da kommen die! Da kommen die! Du gehst rauf! Du gehst rauf! Du gehst rauf! Ja, ich geh rauf! Ich geh rauf! Ich bin so tot! Alter, ich hab das überlebt! Alter, siehst du sie? Sie kommen! Sie kommen, Alter! Sie kommen alle her! Hier jetzt! Siehst du sie? Ich hab so gedacht, ich geh jetzt rauf! Du bachst ganz schön! Du bachst! Du bachst! Du bachst! Du bachst! Der bachst! Der bachst! Du bachst! Mein Freund, der bacht echt schöne Kekse! Guck dir! GG! Mach doch den Motor aus! Alter, wer war das? Mach doch so lange der Motor aus! GG! MyCraftXXKiller 6369 Ja, ach! Ja, ja, ja! Hey, war das gerade? Das war's! GG! Ich weiß was denn nicht! Ich weiß nicht, aber ich weiß nicht, aber ich weiß nicht! So unbeziehbar! Ich glaub nicht, ich werd nicht mehr sehen, wer's war, das stimmt! Ah, ja stimmt! Bei dir wird ja der Chat nie angezeigt, ne? Abgeht, ich will der Po, halt! Krass! Krass! Na ne, wo bleibt da denn, sag, ey! Wenn du jetzt so weiter umbringst, ne? Du, Junge! Yo, Junge, was gehst du denn hier im Küche Krass! Krass Krass! 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 Alle hier seien doch alle krank. Hey, wer bist du denn da, Alter? Sag mal, der soll auch einsteigen. Warte, 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 warte. Ey, komm rein, Alter. Ey, Digga. Komm mal rein hier, es soll gut platzen. Komm, Junge, rein rein. Komm, Junge, rein rein. Komm mal mit, du Glachte, komm mal mit. Ey. Wir machen dich vom Apfelpflücker zum... ...Millionär. Ich bin die Ortegruppe. Komm in die Gruppe. Komm in die Gruppe, Alter. Ich sag Porsche, Alter. Porsche Cayman S. Porsche Cayman S. Porsche Cayman S. Cayman. Porsche Cayman S. Okay, soll ich das wieder einnehmen und ihr flüchtet hier irgendwo in den Urwald? Ja. Und wollen wir denn so lange hierbleiben und die fertig machen? Ja, ich weiß es nicht. Nicht, dass sich nachher das Blatt wendet und die machen uns fertig. Ja. Das Risiko ist natürlich immer da. Ja. Egal. Grüße gehen raus von Finn Mauer. Das hängt von euch ab, wie gut ihr aimen könnt. Äh. Ja, Junge. Und jetzt go, 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 go. Und jetzt go, 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 go. Ja, Leute, hier ist mein Problem. Guck mal immer. Digga, mach doch die Kacke aus, Alter. Haha. Okay, Jungs. Gehen los. Das ist normal, aber wenn man Vollgas gibt, dann geht die Kacke nicht aus. Das kenn ich. Da macht halt die ganze Kräge. Was denn? Da kommt wieder Julian hier rein, Alter. Wie im Rollplay, Digga. Wie im Rollplay, Digga. Wir hatten zu Rollplay. Ja, was ist los? Ist halt nicht so laut, Alter. Was denn? Hä? Einer bleibt im Heli sitzen, der macht auch ganz entspannt da. Wer ist das? Wär wohl. Hahaha. Hahaha. Alter Schwede. Oh. Ich bin hier so krank im Busch drin. Das erinnert mich so ein bisschen an Oli, Alter, in PUBG. Der ist auch hoch auf dem Berg mit mir. Hat erstmal nebenbei was gefressen und von hinten kam welche und erlegen uns. So weißt du, so völlig abwesend. Die ganze Gruppe voll dabei was einzunehmen. Ja, ja. Mach mal ein bisschen was nebenbei. Genau. Fressen. Fernsehen gucken. YouTube. So, ihr könnt jetzt gleich wieder aus solchen Löchern rauskommen. Die anderen regeln das schon, irgendwie. Die Ackermann sind verbindet. Jungs, das ist der Tag. Ey, die haben keinen KG. Die Kops haben keinen KG. Aber jetzt. Jetzt haben sie eins. Ich bin dem Fall schon angelegt. Können wir schießen? Werden vielleicht mal hier irgendwo die Seile ab. Wir schießen jetzt schon. Junge, was wir denken müssen. Wir sind aber viele Leute an den Seiten. Womit denn? Sonst schießen die gleich. Nein, dürfen die nicht. Wir hätten überhaupt geschossen jetzt schon. Oh, 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 oh. Jungs, die haben Heli ausgeparkt. Es hat einer geschossen. Die haben Heli ausgeparkt. Das ist ein Ghosthawk. Das ist ein Ghosthawk. Ghosthawk. Einer, der ist fix nie, ne? Ja, die kommt. Also, gib Feuer jetzt. Land hier vorne irgendwo. Land hier vorne irgendwo. Wir sind ja eh schneller unten als die. Pass auf, nicht auf dem Wasser, ne? Hier auf der Laterne. Schneller, 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 schneller. Verteilt euch. Verteilt euch. Verteilt euch. Aussteigen, aussteigen, aussteigen. Einen verteilen. Wohin verstanden. Wohin verstanden. Wohin verstanden. Wohin verstanden. Wohin verstanden. Das ist hier nicht verstanden. Hallo, guck mal. Was ist hier näher, Jungs? Hier an der Mauer. Nein, ihr müsst weiter herkommen. Ihr müsst hier weiter hierher bringen. Servus, Jungs. Was ist los? Ich habe nichts begangen. Nein, komm, Jungs. Komm doch mal hierher. Komm doch mal hierher. Komm doch mal hierher. Ich habe ein Scharfschützengewehr. Was berät nicht mehr auf den Einkommen? Wie geht's Ihnen? Ja, wir sind. Wir sind. Die, die, die ein Sturmgewehr haben. Bitte mal zu mir kommen. Geben ab. Ich glaube, um zu gucken, wo wer ist. Ja, okay, okay. Ey, laden Sie jetzt mal bitte. Ich will mit Ihnen sprechen. Hallo. Ey, da kommen andere. Wie viel? Zwei Autos. Oh, Miller. Das ist Miller, Miller, Miller. Bist du Miller? Der mit dem kleinen Piller. Da kommt einer noch hinter der Mauer. Pass auf. Warte, darf ich jetzt Call drücken? Darf ich jetzt einen Call drücken? Ja. Ohne Vervorstellung, du bist tot. Wer, der im Quinten? Hab ihn. Ja, sehr schön. Wer, wer, wer? Da kommt noch einer. Gang? Oder wer? Hab ihn Call drücken. Dann kommt noch einer. Achtung, da kommt jemand um die Ecke. Da kommt jemand um die Ecke. Da kommt Polizei. Polizei, komm. Von rechts. Dürfen wir da auch drauf schießen eigentlich jetzt? Ja, dürfen wir da drauf schießen? Ey, die töten die doch alle. Ihr dürft die alle töten. Die haben mich mit den Helicom-Juggen. Da kommt noch welche über der Brücke. Da kommt noch zwei über die Brücke. Pass auf. Alter, da kommt eine ganze Kolonie, Alter. Von Miller, oder was? Da wurde einer rausgeschossen. Das war ich, Alter. Das war ich, Alter. Schieß. Nix, wir machen jetzt erstmal weiter, bevor wir Diplo gehen. Ja. Im Wasser jemand? Da unten ist noch einer am Auto. Im Wasser jemand? Der ist nicht von uns. Er macht die Hände in dein Kopf. Was soll ich machen? Äh, äh, festsetzen, wenn es geht. Soll ich den Callen so? Ja, ist im Wasser, ne? Da kommt noch ein Auto über die Brücke. Jungs, da kommt im Wasser jemand. Ah, ich werde kittet. Ich bin tot gleich. Ja, unten an der Mauer steht noch einer. Am Wasser. Ja. Ah, der hat mich. Mann! Ah, Jungs. Scheiße. Der steht da unten am Haus, ne? Ja, ja, an dem kleinen. An dem Hütchen da. An dem Förtner-Hütchen so. Was ist er? Weil, welches Hütchen? Ah, der hat die Hände oben. Jetzt läuft er wieder. Hat er dich erschossen? Da kommt jemand zu dir, Leon. Pass auf. Ja, ja, der an dem Hütchen, der hat mich da erschossen. Der kommt links rum. Im Schuss, ja? Ja, dann schieß drauf. Ey, er ist nicht mehr in meinem Sichtfeld. Ey, er ist nicht mehr in meinem Sichtfeld. Ey, taugers noch im Wasser, ne? Ein taugers noch im Wasser. Ja, ich muss ja hier begrenzen. Zählen. Er kommt links rum, Leon. Pass auf. Die spamme ich mit Deeplo zu, Alter. Ja, Hausdau. Wer ist denn hier bei mir? Ist dieser Kaiser oder wie der heißt? Johann? Ist der in dem kleinen Schottergebäude links? Ja, da wo der Prowler steht. Bei dem Schotter darf man so... Hier ist das die Mauer, der Prowler, und das hier steht ja. Links von dem Heli. Bei dem Heli. Okay. Nein. Ja, das war einfach alles legitim. Ah, ich sehe ihn. Bei dem Auto? Ich sehe ihn. Digga, die move'n mich da einfach nicht. Einfach reingehen. Ja, geht nicht. Warum nicht? Ja, da steht ich... Ich habe keine Rechte, da reinzugehen in die... Wow. Dings. So, das ist erstmal Safe Zone hier jetzt, ja? So, dann gehen wir jetzt erstmal rüber. Digga, die facken mich echt nichts ab, Alter. Wo soll ich move'n? Was machen die? Ferdinand. 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 Ey, was geht? Udo und Udo sind drin, ich aber nicht. Was machst du hier? Ah, wir sind erstmal in die Safe Zone. Du weißt schon, dass du hier nicht herkommen darfst. Hä? Wieso darf ich hier nicht herkommen? Ich kann mir jemanden immer schreiben, Alter. Das ist so kackt. Was sagst du? Weil ihr im Kampfgefecht mit uns seid. Mit euch? Wir waren gerade mit der Bullerei im Kampfgefecht. Nein, ihr wart mit uns im Kampfgefecht, aber ihr alle Cops. Die Cops haben gar kein KG mit euch gehabt. Hä? Ich dachte, das wären die Cops gewesen. Ich dachte... Ich dachte, das wären die Cops gewesen. Ja. Ne, das waren wir. Ich bitte... Ja, jetzt zackst du ab. Dann guck, dass du hier wieder aus der Safe Zone rauskommst. Ich hau ab, hau rein. Wenn du zurück mit dem KG gehst. Ja, 15 Minuten, dann musst du draußen sein. Hier draußen. Ich darf eh nichts machen. Ich bin tot. Okay. Deswegen darf ich hier sitzen. Wieso bezahlen? Wir haben doch alles richtig gemacht. Ne, guck mal hier. Wir dachten ja, dass Leon auch die Cops gecallt hätte. Der hat aber nicht die Cops gecallt. Das heißt, wir haben die RDM. Wow. Ja. Ich hab diesen Umbrella-Cops in Call gedrückt. Aber eigentlich mein ich damit die Polizei. Und bei der Umbrella hat der falsch verstanden, Digga. Ja, ganz komisch, Mann. Richtig gemacht. Und die haben das alles falsch gestanden. Ja, aber was kann doch mal passieren, Alter? Wenn da so eine Riesengruppe ist und die stehen da mit drin... Ja, klar, klar. Nur, guck... So, das meine ich. Das fuckt mich so auf Eisenschmiede ab. Hier heult jeder direkt rum. Ja, das stimmt schon. Und vor allen Dingen sollen die mal mit ihrem scheiß Diplo aufhören, wenn wir noch im Kampf sind. Eben, eben. Dann rief ich mich da kurz auf. Aber ich melde ihn doch nicht direkt. Ja. Dann sag ich mir, Mensch, das kriege ich ja... Ey, Jungs, Jungs, chill mal. Da meint ihr, da bist du mit denen geregelt? Ey, hier kommen Bullen. Ja, die könnten dir nix. Ey, ich bin... ich bin tot. Wie, warum bist du denn tot jetzt? Ackermann. Äh, wenn man... warte mal, warte mal, ganz kurz eine Frage. Wenn man Kriegseinsatz hatte, ne? Ja. Wann darf man dann, äh, aus und wieder einloggen? Weil ich würde jetzt... Ja, nachdem KG beendet ist... Ja, ist jetzt ja beendet, also kannst du das machen. Ist ja... den Support frei. Ja, ich... 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 ich bin jetzt wieder alles weggelegt, ne? Hast du nicht ne Aufnahme gemacht? Ja, klar, wir haben ja auch Aufnahme. Ja, dann kommt Support da, dann sag ich denen das. Kann... kannst direkt hier. Du musst... schreib hier einfach per, äh, per E-Mail... Junge, du gehst direkt Support, du gehst direkt sofort zu... Ne, und was hast du verstoßen? Du hast doch keinen Polizisten getroffen. Ne, ich hab alles legit gehabt. Ich... also ich hab... Und ich auch, ne? Und was war bei mir? Ich kann... Ihr braucht jetzt keine Sorgen, wir machen... Ihr seid alle jetzt clean, Digga, nichts ist los, passt alles. Oh, jetzt hat mich... Hä? Ich kann jetzt... ich kann das nicht machen, weil... Oh, ich wollte mich gerade auslocken, Alter. Ah, wie das? Ja, guck, diese Umbrella ist die Huren. Die... die Hähn-Hailung dahin, Alter. Aber... ich lag im Gebüsch, er konnte mich eigentlich gar nicht sehen. Ja, außerdem ist das KG jetzt ja schon beendet gewesen. Ich denke, das war jetzt... ich denke, das war jetzt vorbei. Ja, ja, war's auch. Ich hab mal ne Frage, Digga. Ähm, wenn... wenn ich im Support war, dann ist doch das KG beendet, ne? Ja. Eigentlich schon, ja. Ja, guck, die waren ja Support geraten, ne? Und jetzt hatten ich meinen, die haben euch getötet. Und jetzt hatten wir noch getötet. Also Quatsch. Die haben noch nicht gecallt euch, oder? Hier hat keiner gecallt. Ich wurde einfach erschossen. Ja, die haben alle gestorben. Absolut unnötig, dass er dich getötet hat. Absoluter LDM. Absoluter LDM. Absoluter LDM. Absoluter LDM.